Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3, zu dieser Einschiffsmission, die wir noch im letzten Part, die wir noch machen müssen. Oh mein Gott. Okay, es hat mir unbeschadet, unbeschadet überstahlt. Jetzt kommen die Feinde. Kann ich mir eine Stellung bringen? Und Feuer! Und Feuer! Runter! Runter! Das ist der Wäschluss. So. BAM! Unten! Anbrechen BAM! BAM! So, wir bleiben... Drehen, 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 drehen! Feuer! Yes! Das war Nummer eins! Einmal drehen... Jetzt kommen die nächsten... Oh mein Gott! Wir müssen schnell in die Welle! Runter! Perfekt! Einmal drehen... Fahrt rausnehmen! Eins segeln! Halbes segelsetzen! Halbes segelsetzen! Halbes Flügel! Halbes Flügel! Feuer! Feuer! BAM! Voll erwischt! Einste! Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yes! Feuer! Feuer! BAM! BAM! Was jetzt passiert? Na... Weiter geht's! Feuer! Feuer! Beide Feuer! 員 Feuer! Boom! Direkt daneben! Feder! Feuer! 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 Bein! Jetzt... Daun... Dreck-säcke... Feuer! So. Kommt! Bäm! Aufweichen. So, und. Geht weg. Mal drehen. Bäm! Die haben wir mal voll erwischt. Drehen, 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 drehen. Oh, das Ding steht immer noch. So. Na. Und. Jetzt. Na, verdammt. Oh mein Gott. Kopfe runter. Wieder hoch. So. Geschafft. Yes, 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 yes. Das wäre. Geschafft. So. Kopfhörer sind noch ein wenig im Arsch, kann man so sagen. Das ist mein Witz. Nicht, wir werden jetzt. Die Hauptmission antreten. Möchte ich die nicht markieren oder sowas? Ne. Muss ich da auch hinwenden? Boot? Oder was? Wahrscheinlich, ja. New York. Jawoll. Miss. Kann ich gar nicht hin. Okay. Durch nach Boston. Und gucken, wo ich jetzt hin muss. Bitte. Wo ich denn hin muss, Hauptmission. Ah, da muss ich das. Okay, müssen wir angezeigt. Oh. So. Danke. Geht doch. So. Da ist New York. Yes. New York. Wir kommen. Hauptmission. Wir kommen. Hauptmission ist. Okay. Warte, warte, warte. Zurück. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ich musste dann schon doch weiter. Ah, man. Alter, das ist ein Gehirr hier. Verdammt nochmal, ey. Ja, dann setz mich doch nach da hin. Verdammt nochmal. Alter, alter. Nein. Ey, ich weiß, ich weiß grad gar nicht mehr. Ich will doch nicht nach Boston, verdammt. Ich will doch nach New York. So. Oh. Ah. 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 Das. Da wollen wir hin. Nicht irgendwo anders. So, danke. Jetzt haben wir was. Jetzt hätten wir das erledigt. Das hätten wir jetzt. Uau. Uau. Bittubi. So. Und jetzt können wir ja auch noch New York. Verdammt. So. Jetzt hätten wir was erledigt. New York. Wir kommen. Alter. Wehe. Es ist wieder immer noch nicht New York. Dann. Dann raste ich. Doch. Was ist das? New York. Das ist ein weiterer Abschnitt. Unserer. Nicht des Spiels. Da ist die Hauptmission. Okay. Miss Niempef. Was ist dein Gewinn bei all dem? Ja. Frieden. Stabilität. Ein Land in dem alle Seite an Seite leben. Frei und gleich. Dann schließ dich doch der Bruderschaft an. Mein Vater war ein Assassiner. Ein recht guter dazu soweit ich weiß. Aber. Ich hoffe eines Tages Kinder zu haben. Es ist schwer als Weithalten gleichzeitig zu leben. Also entschied dich nicht vereinen. Ich verstehe. Ich helfe immer noch wo ich kann. Deshalb sind wir jetzt hier. Das stimmt. Das ist ein guter Mann. Wir konnten langsam New York. Ich brauche hier Hilfe. Wir werden New York langsam. Wir werden New York langsam. Ja. Ja was denkst du denn? So ja so sah jede Stadt früher aus. Na gut. Mal sehen was noch. Aber ich diese Zeit die man hier verbringt ist nicht. Aber ich diese Zeit die man hier verbringt ist nicht. nicht. Weißt du denn wo er ist? Nicht exakt. Aber ich habe eine Idee wo wir die Suche beginnen können. Nein. Wir sind noch ein paar Jahre. Nein. Wir sind noch ein paar Jahre. So das wäre ja das liebe Freunde. Die Frage ist wo müssen wir jetzt hin? das sind aber unsere trupps so wenn ich aus dem weg geht so müssen wir hin verdammt noch mal da läufst du mal junge es sind doch eigentlich unsere trupps ja jetzt haben wir es geschafft gerüchte über falsch geld aus dieser gegend zweifellos stammt was soll das das ist kein geld nur buntes papier du hast mich zum letzten mal betrogen wache mangel zum hinterher und sicher einfach gehen wir würden schon nicht bemerken nicht geschafft diese mission aber wieso nicht wie soll ich das denn anders machen oder dieser kopfhörmann die klang gerade akassi das was ich jetzt mache ein bisschen hobby hobby ich finde die heck unter ihm da sieht er mich nicht und 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 ich will ja nicht hin oh man wie kann er mich denn da erkennen als ob er einfach so rüberg您 muss doch bestimmt hier oben her also am anfang ist das gleiche schlauze sagt sagt dann muss man hier weiter halte junge gehst du mal weiter danke dass ich mich doch gar nicht jetzt kann ich ihm folgen da kämpft einer die kämpft ich sehe den tübendor Wir sehen immer noch. Alter, dieses scheiß Ding. Okay, ich bin unten. Wo will der hin? Lauf. Ich bin gar nicht da. Alter. Ich weiß schon was. Ich bin gar nicht da. Also. Das wäre das. Komm, 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 komm. alter glück ja alle junge ich bin nicht da sie ist die pfeife beweg dich und beweg dich bewegt dich bewegt dich bewegt dich weiß er geht weiter geht weiter wie weiter also müssen wir ganz unaufällig verfolgen alles klar ja schön klaudern hallo alles klar war ich hallo alles klar das ist eine schwere mission da ist er irgendwann heute nicht mehr ich fresse was hat der denn vor oh mein gott sind feinde ist denn in diesem dreckloch niemals ruhe da hinten ist er muss laufen boah halt das ist eine scheiß mission da unten und weiter und weiter und durch und weiter und weiter da ist er da ist er da ist er verfolgen weiter verfolgen immer langsam aber sicher jetzt muss ich den lauschen nein 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 ja alles klar jungs nein 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 damit damit mit also dieses mission ist das zu schwer wir was sagen was das ist doch einfach extrem ja ja hi hi hallo er sich etwas sorgen wegen den ich sage wie es ist Oh ja, Süße. Gute Männer? Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich kann doch wohl da stehen. Leute, das ist eine scheiß Mission, ey. Das möchte ich so... Die Schnauze vor. Äh, äh, äh. Nein! Bitte nicht! Nein! Verdammt! Nicht so die ganze Zeit. Schon lustig. Das ist das Ding einfach nur. Alter! Das gibt's doch gar nicht. Diese Mission ist einfach... Oh, Mann! Alter! Ich hab heute bis gar... Nichts bis gar nichts geschafft. Ich darf einfach nicht sprinten. Ja, ihr könnt ruhig weiter labern da vorne, ne? Ja, die haben's nicht gesehen. Die haben's nicht gesehen. Oh mein Gott. Einmal durch, einmal durch, einmal durch. Zack. Jetzt zieh ich mich nicht mehr. Hallo. Ich bin doch direkt bei denen. Ich geh mal zurück. Tschüss. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Nein, nein, nein. Lauf doch! Du Pfeife, was los! Lauf, 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 lauf. Und jetzt trä가지 dich neue Vorten. Haha. Ahaaaa. Geräusche 3. Oh, die Aboriginal-Retter. dich lustig ich kann nicht durchlaufen ja endlich alter alter diese mission guten tag was soll das vielleicht was geht es dich an sollte den ordnen nicht ausgelöscht sein sollte dann muss ich das richtig stellen tschüss hinterher den müssen wir bekommen jetzt hinterher hinterher ein junger ich krieg dich fast das geld an und du stirbst nein ich hab dich doch ich hab ihn doch was soll ich jetzt machen oh mein gott ah oh alter läuft der mal ich hätte den schlank killen können ich hätte den schlank killen können ich hinbewerfen und das los auf End junge lauf Lauf�ersene du bist schneller als diese scheiß templar das lauf nein 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 Ach nein! Lauf! Spring! Lauf! Du Assassine Junge! Nein! Da will ich doch gar nicht hin! Alter, der ist so behindert! Das heißt, ich so was von wenn der einfach einfach laufen will und dieser Typ einfach zu behindert ist. Los, sprech Jawoll, schön Schön abgerollt Da ist er, da ist er Der scheiß Hickey Hinterher, hinterher, hinterher Lauf, 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 lauf Lauf, da ist er Da hinten Alter, ist das eine scheiß Mission Da hinten läuft er Jetzt kriege ich dich, jetzt kriege ich dich Jetzt kriege ich dich, Junge, jetzt kriege ich dich Da ist er Wir holen auf Da ist er, da hinten, da hinten, da hinten Da läuft der Hickey Hickey Alter, was pisst er? Lauf 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 Ich weiß nur, wo er ist Da ist er Nein, nicht klettern Der ist so dumm Alter, wenn ich jetzt wegen so einer Scheiß Hätte ich jetzt diese Mission deswegen verloren Dann wäre ich ausgerustet Ganz im Ernst Alter, ist sie dumm Ja, Junge, lauf doch Du kannst doch laufen Nein Lauf doch Alter Wie weit soll ich den denn noch verfolgen? Da hinten ist er Alter, kann ich Soll ich den töten, oder was? Ja Wenn ich ihn jetzt töte und die Mission fehlgeschlagen ist, dann rastisch Junge Alter, Junge, lass doch los Alter, ich glaube, ich muss den wirklich töten Ich glaube, ich muss den Typen wirklich killen Nein Alter Ich glaube, ich muss den Typen wirklich killen Ich war da die ganze Zeit dran Aber da ist doch eigentlich immer so ein rotes Symbol Alter Alter Was ich jetzt mache Ich sag mir jetzt YOLO Hinterher Mein Pferd Was machst du? So, lauf Ich glaube, das Pferd ist ein wenig schneller als der So Ich nehme mich dran Lauf doch Du Kackpferd Du scheiß Pferd Lauf Jetzt Jetzt kann ich aufholen Oh, Alter Kann ich die nicht einfach abknallen? Jetzt Ja Hä Scheitern Nicht im Ernst jetzt Ich habe ihn doch gegillt Was soll ich denn sonst machen? Ach soll Ich soll Was soll die killen? Nur dann scheitert die Mission anscheinend auf Hä? Was soll die anderen töten? Wahrscheinlich soll ich den Typen einfach fangen Ja, ich soll den wahrscheinlich einfach nur fangen Oh, der ist schon echt zu schnell eigentlich Alter Alter, das ist doch Kann ich den nicht irgendwie anders abfangen? Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn Ich bin ganz nah dran Ich habe ihn gleich, ich habe ihn gleich Ich sage dir noch einen Schritt und du bist fort Ja Junge Meins, alles meins Ich habe ihn doch Wieso springt er nicht? Ich bin doch direkt an ihm dran Hä? Ich bin doch direkt an ihm dran Ja, kann ich ja nicht Dann passiert das, was eben passiert ist Ja, geht ja nicht Ich war hier direkt an ihm dran Der macht aber nichts Was, ist die Mission einfach verbackt oder sowas? Was? Alter Wollt ihr mich verarschen? Ihr hält, ihr haltet mich auf Ah, Alter Der leuchtet immer denselben Weg Das geht, was soll ich denn machen? Ja, kann sein Ich versuch's jetzt immer mit dem Säbel, wenn ich dran bin Los, spring doch Ja, stimmt, das ist recht Weißt du was jetzt? Nein, ich hab's geschafft Oder so Oder, hä? Nein Irgendwie doch nicht Ach, wahrscheinlich muss ich Ich weiß, was ich machen muss Ich muss wahrscheinlich Abtauchen Und ich muss ihn töten Hä? Was ist denn das? Ich guck mir das gleich, glaub ich, mal an Internet Los Nein Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mach jetzt so, als würde ich halt Würde ich flüchten Ah, Mission nicht geschafft Ich weiß zwar nicht, was ich mache Ich muss den verfolgen Aber irgendwie Ist diese Mission verbuggt Also das kann schon mal nichts sein Ich muss den Typen auf jeden Fall irgendwie killen oder verfolgen Ach, liebe Freunde Bis zur nächsten Folge Da hab ich dann eine Lösung Ciao